I'm coming home, I'm coming home. Herzlich willkommen zum Web Talk Show Podcast nur für die Ohren. Alle Folgen mit Video findet ihr auf www.webtalkshow.de. Hier gibt es echte Gespräche mit Stars, Newcomern und Zukunftsmachern. Und ich bin euer Moderator Nico Gutjahr. Und jetzt bei mir zu Gast der Sprecher des Übergangsmanagers des gesamten Buches, Hanno Kowler. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Oder wie hättest du es jetzt definiert? Ja, nee, nee, alles klar, alles gut, alles gut, alles gut. Der Übergangsmanager ist eine ganz wundervolle Idee, eine ganz wundervolle Geschichte. Bevor du verrätst, worum es geht, wie ist man denn auf dich gekommen? Da musst du tatsächlich Order befragen. Ich weiß nicht, also ich habe ja ein paar Sachen schon gemacht irgendwie und dann haben sie vielleicht was gehört und dann haben sie gesagt, ach, den können wir auch mal nehmen. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und worum geht es? Was ist der Übergangsmanager? Ist das vielleicht auch ein Job, den du gerne mal übernehmen würdest im echten Leben? Oh Gott, nee, im echten Leben bin ich ganz happy mit dem, was ich mache, sage ich dir ganz ehrlich. Und also die Geschichte, das ist ein Hörbuch, also geschrieben von der Karin Elstel. Besser stirbt man nicht, der Übergangsmanager heißt es. Und da geht es um den Übergangsmanager. Und das ist ein junger Mann, der aber gar nicht so jung ist. Der ist vor 80, 90 Jahren ist der gestorben. Da war er 30. Das ist er also demzufolge immer noch. Das Alter ist dann stehen geblieben. Nach dem Tod wird nicht mehr gealtert. Und dieser Mann befindet sich in der Phase zwischen sozusagen Wiedergeburt und Tod. Also er ist im Jenseits und dort gibt es eine Jenseitsagentur und für die arbeitet dieser Mann. Und zwar ist er dafür verantwortlich, den gerade Gestorbenen den Weg nach dem Tod ins Jenseits zu managen. Und da begegnet er also tagtäglich in seinem Leben den lustigsten Charakteren. Und genau. Wundervolle Idee. Ist eine ganz gute Idee. Tatsächlich, ich sage es ganz ehrlich, ich habe es erst so geguckt, gelesen und dachte, aha, okay, das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich Entertainment. Ist es tatsächlich nicht. Ich fand es dann wirklich richtig toll. Weil es so humorvoll leicht daherkommt und einem aber so ganz heimtückisch hinterhält, dich so die ganz großen Sinnfragen stellt. Und man beschäftigt sich wirklich, stellt sich die Fragen, wie ist das eigentlich, wenn man selber, was ist da los nach dem Tod? Unvorstellbar, aber irgendwie beschäftigt uns das, glaube ich, schon alle. Und der Übergangsmanager selber, der hat so Erinnerungen an sein eigenes Leben, was vorbei ist. Die dürfte er gar nicht haben. Also es gibt da so, da ist so viel drin. Ja, nee, es ist tatsächlich so, dass es behauptet wird, dass natürlich nach dem Tod alle Erinnerungen gelöscht sind. Und man muss in diesem Jenseits, in diesem Leben mit der Jenseitsagentur und dem, was es da so alles gibt, da muss man auch immer wieder, wenn sowas passiert, wenn du so einen leichten Hauch an Erinnerung, also eine Erkrankung an Erinnerung bekommst sozusagen, dann müssen die wieder gelöscht werden. Und er weigert sich aber immer mehr, weil er spürt, da ist irgendwas. Und da kommen nach dem Tod jetzt plötzlich die Fragen, die eben doch nicht beantwortet worden sind. Es ist ganz verrückt, es sind auch so abgefahren lustige Charaktere drin. Der Übergangsmanager muss ja sich unter anderem um ein Ehepaar kümmern, das vom Traktor überfahren wurde oder sowas. Du bist also, weil du hast ja alle Charaktere gesprochen, du hast ja das Buch gelesen. Wie hast du dich auf diese Masse an Charakteren vorbereitet? Also, so viele waren es gar nicht. Es ist ganz schön zubereitet, dieses Buch. Und zwar ist es irgendwie ein bisschen das Prinzip des Serienguckens, nur des Serienhörens. Also, es ist aufgeteilt in zehn Episoden, die, ja, ich denke mal, knappe 50 Minuten oder eine Stunde am Ende sind. Also, man kann die entweder bingen oder sich so schön in Häppchen einteilen. Und in diesen jeweiligen Episoden kommen immer so ein bis zwei Charaktere vor, die also dann sterben und denen der Tod bzw. Übergangsmanager begegnet. Eine Geschichte, die du gerade gesagt hast, ist so ein Hipsterpaar aus Prenzlauer Berg, die ihre Ruhe und ein sinnvolleres Leben auf dem Land gesucht haben, also in der Umgebung von Berlin in Brandenburg und dort sich selbst eigentlich mehr oder weniger mit dem Trecker überfahren. Das hört sich wirklich total dämlich an, während ich es gerade sage, kommt es mir so dämlich vor. Aber das ist es nicht. Es ist wirklich toll, weil das Prinzip ist, dass auch der Tod, Schrägstrich Übergangsmanager, dass der also diesen Menschen begegnet und auch diesen Charakteren begegnet und manchmal sie so abtut. So sagt, oh Gott, mit dem wir hier, das sind mal wieder die und die. Und dann merkt er im Gegenwart des Todes, dass irgendwie alle sich so ähnlich sind. Und nicht nur so ähnlich sind, sondern dass irgendwie unter dieser ganzen Fassade, dass da irgendwie alle was haben, was irgendwie doch auch sympathisch ist. Oder wo man plötzlich anfängt, Mitleid zu haben oder Mitgefühl und Verständnis aufbringt und begreift, warum sind die Menschen so geworden in ihrem Leben. Eine der Menschen, eine der Personen, die stirbt, ist eine Psychiaterin, die dann selber dem Übergangsmanager sehr, ja, doch drastische Fragen stellt, dass man sich dann noch fragt, wer berät denn hier eigentlich wen gerade beim Übergang? Ist das für dich als Schauspieler wahrscheinlich keine Schwierigkeit, zwischen männlichen und weiblichen Rollen hin und her zu springen, oder? Lass mich mal kurz überlegen. Es ist tatsächlich immer wieder eine Suche nach so einer Haltung. Und dann ist es egal eigentlich, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Es ist so eine Haltung, die man versucht zu finden und diesen Menschen einfach mitgibt. Und dann geht die Stimme manchmal automatisch höher. Aber komischerweise ist es so, dass man beim Hörbuch gar nicht mal zwangsläufig für eine Frauenfigur viel höher sprechen muss. Was manchmal, ja, kommt auf die Zärtlichkeit des Charakters an, oder so, oder die Weiblichkeit, oder so. Aber es gibt auch Frauen, die könnten jetzt eigentlich so reden wie ich. Im Hörbuch funktioniert das ganz gut. Und die Karin Bauer hat ja zum Beispiel auch eine sehr tiefe Stimme. Ja, da müsste ich sogar einen Hunden mitschen. Was war denn das allererste Hörbuch, das du mal in deinem Leben gehört hast? Weißt du das noch? Oh, das ich gehört habe? Hörbuch, ne? Ja, ich glaube, da kommt schon der große Hörbuch-Klassiker Harry Potter. Der kommt mir jetzt in den Sinn. Vielleicht war auch was vorher schon da. Aber jetzt Hörspiele natürlich en masse. Keine Ahnung. Ging das mit Benjamin Blümchen los? Drei Fragezeichen? Bibi! Bibi! Bibi Blocksberg, wirklich. Fand ich alles super, hab ich alles gehört. Aber jetzt so ein Hörbuch wirklich war eben der Rufus Beck, der Harry Potter gelesen hat. Und das ist ja schon evergreen. Viele kenne dich natürlich auch als Schauspieler. Du hast ein wahnsinnig tolles Jahr hinter dir. Das war erschütternd. Erschütternd, was bei dir alles los war. Wenn man bei dir auf Instagram sich mal umguckt, es war viel los. Also goldene Kamera für der Pass. Oh ja, ja, das stimmt. Du erinnerst mich, ja. Oh, da war noch was. Stimmt. Du warst bei Beat dabei. Ja. Ja, eine schöne Serie. Waren wir alle traurig, dass die nicht weitergeht. Ja, war ich auch traurig. Wobei, bei meinem Charakter war es relativ klar, dass der nicht mehr von den Toten zu den Lebenden kommt. Aber ja, war eine super Arbeit. Und natürlich habe ich den Eindruck, bei jedem deiner Instagram-Bilder kommen immer wieder die gleichen Fragen. Weißt du, welche? Oh, Freier Fall Teil 2. Ganz genau. Also für die Leute, die noch nie was von Freier Fall gehört haben, was ist das? Und was hat das mit Max Riemel zu tun? Was hat Max Riemel mit Freier Fall zu tun? Freier Fall war ein toller Film, den wir, oh Mann, wann kam er raus? Ich glaube, 2015 kam er raus. Und hatte dann große Premiere auf der Berlinale. Und Freier Fall ist die Liebesgeschichte eigentlich zwischen zwei Polizisten, und zwar zwei männlichen Polizisten, von dem der eine gar nicht wusste, dass er sich für Männer interessiert. Und das ist ein wirklich, das passiert ja nicht oft, das war ein wirklich ganz toller Wurf, dieser Film. Da hat einfach ganz vieles gepasst. Und der Film hat nicht nur in Deutschland viele Leute erreicht, sondern tatsächlich hat der weltweit ein ganz, ganz großes Publikum gefunden und hat Menschen berührt. Und es ist so, dass der Regisseur und wir die Idee irgendwann hatten, Mensch, eigentlich geht die Geschichte doch weiter. Und irgendwie ist das doch auch total spannend zu überlegen, wie ist das denn, wenn eine Liebe, wenn man so einer großen Liebe nicht den Raum gegeben hat, die sie vielleicht verdient hätte. Und wenn man sagt, ich traue mich nicht, den Weg zu gehen, egal welches Geschlecht, sondern grundsätzlich, wenn man einem Menschen begegnet und aus irgendwelchen Gründen sagt, ich höre nicht auf mein Herz. Und man lebt weiter. Was passiert denn? Was ist denn dann in fünf, sechs, sieben Jahren? Holt einen das ein? Und was für eine Art holt einen das ein? Und dann natürlich noch mit der Frage, wie hat eigentlich diese Hauptfigur, den ich gespielt habe, der Marc, wie ist der denn nun mit seinem Coming Out umgegangen? Hat er sich gefunden? Hat er sich ausleben können? Ist er zu sich gekommen? Und die andere Rolle, der Kai, gespielt eben von Max Riemelt, der taucht dann ab, der geht, der verschwindet, der ist reingeworfen und verschwindet wieder. Was ist denn aus dem geworden? Weil beide sind eigentlich mit kaputten Herzen aus dieser Geschichte rausgegangen. Und das fand ich total spannend. Und tatsächlich ist es so, dass die Produzenten und der Regisseur über Crowdfunding die Arbeit am Drehbuch finanzieren konnten und finanziert haben. Es gibt ein Drehbuch. Und jetzt geht es darum, dass wir oder vielmehr der Regisseur und so weiter eine Produktionsfirma findet und Geldgeber findet, die also jetzt zusammengetrommelt werden oder da ist man auf der Suche und auch schon in Gesprächen, die also jetzt den zweiten Teil dann finanzieren, sodass das Drehbuch, was wirklich toll geworden ist, jetzt verfilmt werden kann. Und das findet in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Es ist wahnsinnig mühsam. Es dauert lang. Und eine Hauptaufgabe ist es, die Leute da draußen teilweise zu beruhigen und zu sagen, hey, es braucht Zeit. Es ist schwer vorstellbar für jemanden, der nicht im Filmgeschäft ist, aber das braucht Zeit. Das braucht ewig. Also es ist beim Film ja noch dramatischer als bei Fernsehgeschichten. Es braucht leider wirklich ewig. Und die Idee kann sonst so gut sein. Alle Schauspieler können ja gesagt haben. Es dauert trotzdem einfach ewig. Absolut. Und hättest du denn damals bei den Dreharbeiten schon gedacht, dass freier Fall so ein Thema ist, dass die Leute so, so lange hält? Nee, das hätte ich nicht gedacht. Also hätte keiner von uns gedacht, dass der Film jetzt irgendwie sich so lange hält. Ist ja wie so ein Kultfilm schon fast geworden. Was uns allen klar war, ist, dass es ein tolles Drehbuch ist. Und dass wir sehr, sehr, sehr viel an Liebe reingegeben haben in die Dreharbeiten. Aber dass das so, so, so lange sich hält und so toll wird, hatten wir nicht gewusst. Aber ist auch krass, ne? Du warst bei Coming In dabei, bei Sommersturm und bei freier Fall. Du wirst anscheinend gerne gesetzt auf dieses Thema. Ja, was meinst du mit dieses Thema? Na, generell, also Liebe, egal wer wen liebt. Ja, 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 scheinbar. Ist ja schön. Die Liebe ist ein universelles Thema, ne? Also, es beschäftigt ja jeden, jeden Menschen. Und sogar, ja, auch den Tod, um da nochmal zurückzukommen. Der Übergangsmanager hat in der ersten Folge gleich lernte eine Kindergärtnerin kennen, die sich das Leben genommen hat. Und es entwickelt sich so ein bisschen über die Folgen hinweg tatsächlich eine Liebesgeschichte. Als ich das erste Mal die Inhaltsangabe gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das wird hier was Witziges, ist vielleicht ein bisschen wie der Tatortreiniger, Person XY stirbt, Person A, also du, kommt. Aber da ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel drin. Hättest du denn gedacht, dass es so sehr um Liebe geht beim Tod? Ne, hätte ich nicht gedacht. Die Autorin entwirft da ja eine fiktive Idee oder eine fiktive Welt und spielt halt einfach ganz toll. Im Grunde genommen ist die dreiste Behauptung, so viel anders ist es nach dem Tod ja gar nicht. Sie stellt diese Welt auf. Und der Übergangsmanager hat eigentlich dieselben Probleme wie wir alle. Der ist da einsam, der macht seinen Alltag, der macht seinen Job, der versucht gut zu sein. Der zieht sogar um innerhalb Berlins. Das muss er, ja, weil die irgendwie, das wird sehr kompliziert jetzt, weil die von der Jenseitsagentur her immer wieder aus ihrem Bezirk rausgenommen werden, damit die nicht anfangen, mit den Lebenden Beziehungen aufzubauen und so weiter und so fort. Das ist wie so eine Welt, eine Parallelwelt sozusagen, ein Paralleluniversum, was erzählt wird von diesen bereits Gestorbenen, die halt im Jenseits arbeiten. Und das Tolle ist aber, dass die also ihr Leben haben und sich mit den normalen Themen beschäftigen, mit den normalen Fragen, mit dem normalen Trouble, den wir auch haben. Aber dadurch, dass es sein Job ist, Tote zu betreuen, ist immer das universelle Thema von Leben und Tod. Die Frage, was ist nach dem Tod, wofür lohnt sich das Leben, ist so präsent, dass die Alltagsfragen eine ganz andere Perspektive bekommen. Und das finde ich so großartig, weil wenn wir die Frage gestellt bekommen, was wäre denn, wenn du jetzt aus der Tür rausgehst, dann fliegt dir dein Handy aus der Hand, das war es mit deinem Podcast und das war es mit meiner Arbeit. Ist es dann wirklich das, was wir machen wollen mit unserer Zeit? Ist es das, weshalb wir leben? Ist es sinnvoll, was wir machen? Oder spielt es eine Rolle, ob wir uns einen coolen Pullover kaufen oder cool aussehen oder irgendwie, ist das wichtig? Was ist denn das, was dann bleibt? Eigentlich braucht man nur einen einzigen Schal. Eigentlich braucht man nur einen einzigen Schal. Eben, das ist genau all so eine Frage, mit denen wir uns ja alle beschäftigen. Auch sozusagen, wenn du sowas einwirfst, der Minimalismus oder was, wie viel braucht man wirklich? Braucht man 15 T-Shirts? Das sind extrem viele Fragen. Aber die bekommen alle eine andere Dringlichkeit, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Tod vor der Tür stehen könnte. Du hast in einem Interview gesagt, seitdem du Vater bist, jetzt zweifacher herzlichen Glückwunsch, dass dein Leben erst ein richtiges, dass die Familie das Wichtigste in deinem Leben ist. Und das hast du so gesagt, als ob das vorher nicht ganz klar war. Stimmt das oder habe ich es falsch rausgelesen? Naja, ich glaube, es ist fatal, wenn man sozusagen der eigenen Sinnlosigkeit des Lebens versucht, einen Sinn dadurch zu geben, dass man eine Familie gründet. Aber was interessant ist, ist, dass wenn man eine Familie gründet, plötzlich ein übergeordneter Sinn entsteht. Also, das ist, finde ich, irre. Also, man hat ein sinnvolles Leben und es würde wunderbar auch ohne Familie funktionieren. Aber wenn dann die Kinder da sind, so geht es mir zumindest, tritt das irgendwie in meinem Verantwortungsgefühl in den Hintergrund. Und so würde ich das beschreiben. Zurückgesprungen, bevor du Vater wurdest, der Zeitpunkt oder heute, an welchem hattest du mehr Angst, gegebenenfalls zu sterben? Interessante Frage. Ähm, aha, wann hatte ich mehr Angst zu sterben? Irre, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe Angst, ja. Angst ist ja so eine Momentaufnahme. Angst ist ja ein Gefühl, dem man sich dann in dem Moment irgendwie hingeben müsste oder was einen übermannt oder so. Deswegen kann ich ja gar nicht sagen, dass ich, dass das, also ich kann nicht sagen, dass das jetzt da wäre. Ich habe gerade keine Angst vor dem Tod. Wenn ich jetzt versuchen würde, mir vorzustellen, okay, was wäre jetzt blöder vor zehn Jahren oder jetzt, dann denke ich mir natürlich, es ist ja super, dass ich die zehn Jahre noch hatte. Also es ist, glaube ich, immer, immer schlecht. Also immer jetzt, im Hier und Jetzt wäre das irgendwie doof. Und der Übergangsmanager ist ja eine lustige Idee, wie der Tod stattfinden könnte. Was denkst du denn? Was ist hinterher? Ist es Stopp und Aus oder geht es weiter? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wie gesagt, an dem Buch ist das Tolle, dass diese Fragen, mit denen man sich auch eigentlich vielleicht gar nicht so gerne beschäftigen möchte, dass die Fragen so humorvoll und leicht daherkommen. Also man wird da so reingezogen und merkt, oh, jetzt habe ich ja echt lange über den Tod nachgedacht. Ich nehme die Einladung an. Also ich finde es schwer vorstellbar überhaupt. Meinen eigenen Tod finde ich eigentlich nicht. Das finde ich nicht vorstellbar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht da zu sein. Wie soll das gehen? Es ist für mich übersteigt, meine Kapazität der Vorstellung. Demzufolge ist es mir auch eigentlich nicht vorstellbar, was danach sein könnte. Es ist erschreckend, sich vorzustellen, dass dann schwarz aus nichts, aber es kann verdammt gut sein. Und vielleicht ist es auch so, dass die Religionen, die wir haben, egal welche, ob es der Christentum ist oder ob es der Hinduismus ist, Buddhismus, wo es ja eben auch um die für dieses Buch aufgegriffenen Karma-Karma-Punkte geht und Reinkarnationen geht. Vielleicht sind diese ganzen Religionen ja nur vor Menschen erfunden worden, damit man irgendwas hat, woran man sich festhalten kann. Damit man irgendwie anständig ist, damit man keinen Quatsch macht, damit man so eine übergeordnete Moral hat für die Zeit, in der man lebt. Und damit man vielleicht nicht so großen Bammeln hat vor dem Tod oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich eine Antwort haben möchte. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es lohnt sich alles, in seinen Gedanken mit reinzulassen, was einem Freude bereitet im Hier und Jetzt und was einem die Möglichkeit gibt, sein Herz zu öffnen für sich und andere Menschen im Leben. Und dann sind alle Ideen, die man hat vom Tod, doch legitim. Ich hätte eine schöne Idee. Ja, natürlich. Also pass auf, du stirbst und du kommst irgendwo an und wirst erstmal in einen großen Kinosaal geführt und du kriegst Popcorn und alles, was du willst, kostenlos. Ganz wichtig. Dann geht quasi der Vorhang auf und da läuft so ein zweistündiges Best auf aus deinem Leben. Dann kriegst du quasi eine Liste ausgehändigt. Und zwar sind auf der linken Seite 20 positive Eigenschaften, von denen du dir 10 aussuchen darfst für dein kommendes Leben. Auf der rechten sind 10 negative, von denen du 5 auswählen musst. Dann hast du nochmal ein Gespräch mit der Chefin oder dem Chef, je nachdem, welches göttliche Wesen da so rumhängt. Ja, dann kannst du nochmal essen, was du willst und dann zack, geht's ab ins nächste Leben. Wow. Ah. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, man selber ist sozusagen dafür verantwortlich, welche Eigenschaften man in seinem nächsten Leben aus dem bereits gelebten Leben wieder mitnehmen darf. Zum Beispiel, da hast du eine generelle Auswahl, zum Beispiel beim Negativbereich Haarausfall oder beim positiven Bereich Reichtum oder so Zeugs. Ah ja, und die Liste wird zusammengestellt natürlich von sowas wie so einer Jenseitsagentur. Genau. Oh mein Gott, ich glaube, das wäre eine lange Session, in der ich meine Kreuze machen müsste. Aber es wäre doch wundervoll, oder? Ja, aber als was kommt man dann wieder zurück? Bin ich dann wieder der Hanno oder was bin ich dann? Nee, also Hanno bist du dann nicht mehr. Oder Haarausfall dann als Tiger in der Steppe? Das wäre auch eine so schöne Idee. Ich glaube, du bleibst dann erstmal ein Mensch. Schon, ja. Bleibt man dann ein Mensch. Außer du willst nicht. Es gibt vielleicht so ein Extrafeld, bei dem du eintragen kannst. In diesem Leben will ich dann ein Vogelstrauß werden. Es gibt eine ganz abgefahrene Geschichte noch innerhalb des Übergangsmanagers. Und zwar lernt der Übergangsmanager eine Person kennen, die ihn berührt. Die Mona, glaube ich, heißt sie. Eine Prostituierte. Und da passiert was. Er kann plötzlich sehen, wie er früher aus war. Und erinnert sich immer weiter zurück. Das ist so abgefahren. Generell, was glaubst du, wer sollte denn als Hörer unbedingt mal beim Übergangsmanager reinhören? Oh. Also, ja, verrückt. Ich habe da natürlich, weil ich so ein Ding, ich bin eigentlich für die Vermarktung von sowas zuständig. Das heißt, ich denke dann sowas. Darüber denke ich gar nicht nach, sozusagen. Ah, guck mal, das ist ein cooles Buch. Wer kann denn das hören? Das ist ja irgendwie nicht mein Part. Ich begeister mich nur für die Geschichte. Aber wer ist das für deine Frau? Absolut. Tatsächlich habe ich in meiner Frau ein Kapitel vorgelesen. Oh, das ist doch toll. Da geht es doch um die großen, großen Fragen. Und insofern, ich gucke mir das an und frage mich immer, finde ich das gut? Und wenn ich das gut finde, gehe ich jetzt einfach mal dreisterweise davon aus, dass es ein paar Menschen gibt, die ja auch denselben Filmgeschmack haben oder Filme gut finden, die ich gut finde oder Musik gut finden, die ich gut finde. Und die werden das auch gut finden. Menschen, die tatsächlich einfach unterhalten werden wollen, weil es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es ist humorvoll. Menschen, die darüber philosophieren wollen, was ist eigentlich ihr Sinn des Lebens. Menschen, die vielleicht gerade ein bisschen Migräne haben, weil ihr Alltag sie so langweilt. Menschen, die auch vielleicht einsam sind wie der Übergangsmanager und sich eigentlich danach sehnen, wieder in eine Partnerschaft zu gehen und nicht genau wissen, wie sie das anstellen sollen. Oder Menschen, die vielleicht wie der Übergangsmanager ein bisschen so eine Sozialphobie haben und irgendwie gerne den Betriebsausflug ausfallen lassen würden. Und Menschen, die einfach Lust haben, unterschiedlichen Charakteren. Das spielt ja auch in Berlin, fällt mir gerade auf. Und um Land. Und um Land. Irgendwie, finde ich, bekommt man Berlin auch ganz gut mit. Also eigentlich ist das für alle eine gute, schöne, unterhaltsame, bereichernde, berührende Sache. Und wie hoch ist das Verfilmungspotenzial? Und würdest du gerne die Hauptrolle spielen? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, mich mal mit Audible zu unterhalten und auch mit der Karin Elste, der Autorin, weil ich wirklich gedacht habe, Mensch, das ist ja eigentlich ganz, das können wir ja was draus machen. Aber da sind die mit Sicherheit schon dran. Und die Rechte sind bestimmt schon irgendwo safe. I don't know. Irgendwo liegen sie bestimmt. Und wenn das dann soweit ist, wenn das rauskommt, dann kommst du nochmal in die Web-Talkshow, dann reden wir dann nochmal mit Bildmaterial. Du hast jetzt zum Abschluss noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in dieses Mikrofon sagen, was du noch nie in einem Mikrofon dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt laut sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was du sagst. Oh mein Gott. Liebe Mama, den Oscar widme ich dir. Vielen Dank für eure Zeit und klickt direkt auf www.webtalkshow.de, damit ihr die neuesten Interviews als Video sehen könnt. Mehr Web-Talkshows nur für die Ohren findet ihr hier in der Playlist. Ihr werdet eine wundervolle Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico Gutjahr.